Norddeutscher Rundfunk 2021 Mein Vorschlag ist, wir machen das Dach jetzt ganz zu, weil jetzt fahren wir zuerst an Reifen an. Erstens, wir sehen noch viel mehr und wenn wir dann an Reifen hinfahren, dann spüren wir auch viel. Sollen wir das so machen? So, dass man hier noch mal aufkommen ist. Prost! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017